So ihr Lieben, jetzt kommt das erste Video zum Thema Terrarium und zwar habe ich mir jetzt schon das erste Zeck geholt und ich werde es heute auch dann schon das erste Zeck schon mal ein bisschen einrichten und das erste was wir hier haben ist ein Heft, in der Mitte der Mutteneinrichtung, ein Terrarium für Anfänger und als ich hier zurückgeholt kann ich jetzt nicht viel anfangen weil ich bei Wirbelhosen einwillen, aber hier ist es mehr über Echsen und so, aber Trepte sind sehr gut, also hier dann Moos, da war ich mir auch schon etwas Pflanzen, dann habe ich noch drei Schalen, zwei Wasserschalen, immer für normales Wasser, immer für Salzwasser, immer die so unterschiedliche Färfte, dass man das auseinanderhalten kann und die hatte hier im Ausfütterschale gedacht. Ja und dann ist noch ein Buch dazu, aber das will ich euch jetzt nicht zeigen, weil es mich verraten tut, weil ich wollte und dafür aber noch eine kleine Überraschung seid. Falls ihr euch schon erahnt, schreibt bitte noch nie in den Kommentaren. Seht ihr, was ich schon ratee? Da sind auch Mürbelose, aber keine Spinnen, falls man sie denkt. So, das war's dann. Ich werde vielleicht noch mal zeigen, wie es einrichtet ist, das Terrarium, ja und...